Behörden suchten fieberhaft nach dem britischen Moderator Michael Mosley, 67, der im Urlaub auf der griechischen Insel Sömy verschwunden ist. Jetzt gibt es eine Leiche. Michael Mosley, bekannt aus der Fernsehsendung »This Morning« und seinem »Just One Thing« Podcast auf BBC Radio 4, wird seit vergangenem Mittwoch vermisst. Er hatte sich während eines Griechenlandurlaubs zu einer Wanderung in Richtung Inselmitte aufgemacht. Als er um 19.30 Uhr noch immer nicht zurückgekehrt war, hatte seine Ehefrau die Behörden alarmiert. BBC-Moderator Michael Mosley seit Tagen vermisst Die griechische Polizei hat bestätigt, dass Mosley vermisst wird und dass er zuletzt gesehen wurde, als er sich am Strand von seiner Frau Claire verabschiedet habe. Die Suchaktion soll sich zunächst auf den Stadtteil Pedi konzentriert haben, wo eine Zeugin Mosley am Mittwoch gesehen haben will. Auch der stellvertretende Bürgermeister von Sömy, Elias Czaskas, hat sich gegenüber, BBC News, geäußert und erklärt, dass die Gegend, in der Mosley vermutet wird, als gefährlich gilt. Das Gebiet, in dem er gesichtet worden sein soll, gilt jedoch als sicher. Seither läuft eine Suchaktion, da befürchtet wird, dass Mosley bei einer Küstenwanderung in die Tiefe gestützt sein könnte. In der ersten Nacht wurde direkt mit der Suche begonnen, der Moderator konnte jedoch nicht gefunden werden. Nun soll auch ein Hubschrauber zum Einsatz kommen. Bislang waren die Trupps mit Polizeihunden und einer Drohne unterwegs, um schwer zugängliche Gebiete abzudecken. Suche nach BBC-Moderator läuft auf Hochtouren, Behörden fürchten Wanderunglück. Die Sorge um Mosley ist groß, da extreme Hitze die Lage noch prekärer machen. Am Tag seines Verschwindens lagen die Temperaturen auf der Insel in der Spitze bei 40 Grad Celsius. Der Moderator hat kein Mobiltelefon bei sich, da er es in der Ferienunterkunft zurückgelassen haben soll. Auf Facebook wurde ein Foto von Dr. Michael Mosley veröffentlicht, das ihn in blauer Kappe, einem Poloshirt und Shorts zeigt. Dazu ein Aufruf mit der Bitte um Hinweise. Auch BBC News veröffentlichte einen Beitrag inklusive Aufruf an die Bevölkerung, die Augen offen zu halten. Konstantina Dimoglidou, eine Sprecherin der griechischen Polizei, äußerte sich besorgt. Vielleicht ist er ausgerutscht, gestolpert, hingefallen oder sogar von einer Schlange gebissen worden und irgendwo verletzt zurückgeblieben. Es gäbe einfach keine Spur von Mosley. Überhaupt keine. Und das bedeutet, dass zumindest für uns jedes mögliche Szenario offen ist und untersucht wird. Die Suche wird mit Hochdruck fortgesetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017